halli hallo ja da bin ich wieder mit sticks master of shadows und beim letzten mal haben wir uns die map angeguckt von dem von dem ganzen komplex hier und jetzt ich dachte sonst versteckt aber wir sollen in die verbindungsanlage okay man bleibt sicher gleich und dann gehen wir in die verbindungsanlage trotz allem denke ich noch dass in den letzten folgen recht gut hier ich hoffe dass es auch so bleibt ich gucke mal hier mit unserer super sicht oder kümmer hoch doch muss ich denn was kann man die tür springen dann kann man nicht schade okay hier kann ich drauf und der arm ist sonst dass der was wir da hochkommen sind ich das auch wissen ich gucke noch mal das sieht nicht so aus ne komm da gehen wir raus das licht hier oben machen wir aus ok da dürfen wir wahrscheinlich nicht einfach so rüber ich denke dann haben wir es hinter uns deswegen machen wir das so ok ah ich glaube das ist mal zone verlassen das habe ich jedes mal wenn wenn wir die folge neu starten dann ist das level zu ende aber gut ich weiß das natürlich vorher auch nicht dass das da dann so ist und jetzt hören wir erstmal zu das sagst du so einfach ok da kann ich drauf versteck 73 meter gut ok da ist jetzt keiner gucken wir es mal da rein da ist ein trank ok wir haben wir haben auch wenig tränke ne einen und dann nehmen wir den auf jeden fall mit ich weiß wofür es gut ist da war eine münze oder die ne sagt das ist was da was da runter tropft ok wir können da oben rein das nehmen wir auch mit ich gucke erstmal da oben ok ne lieber nicht da gehen wir erstmal runter ich muss natürlich aufpassen dass wir ah das stück scheiße da kann man den kill wenn hier rumkommt den kann man kill wenn da stehen bleibt gut da hat sich die frage schon erledigt ne so dass man den von da unten nicht direkt sieht ich würde sagen ihr kennt das ja schon wir machen einmal autospeichern wobei das ja gar kein autospeichern ist naja wisst ihr es ja ok hier sind einige typen uiuiui ok da liegt ne münze ok da liegt ne münze ok 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 er kommt auch wieder wenn er hinten ist da müssen wir nun schnappen wenn er sich hier umdreht ich hoffe da ist die fackel aus ne da ist nix was sich nur verhört scheiß jetzt bleibt er hier stehen und der andere ist auch da da ist natürlich morx ok ok ich würde sagen dann gucken wir mal oben ob er da besser durchkommen weil hier mit drei so vier drei alle mit drei vier so typen denke ich sieht das schlecht aus wir müssen noch einen höher dann das ist unser Glück hier probierend was ist hier? oh nein oh da falle ich gar nicht runter hm da werde ich durch müssen aber hier einfach so runter springen wird wahrscheinlich auch nicht auch nicht gehen na scheiße müssen wir doch da runter scheiße 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 ok es ist auf jeden Fall schon mal dunkel wenn er zurückkommt vielleicht sieht er uns nicht und wir können ihn dann ich hoffe er sieht uns nicht geh weiter geh weiter geht jetzt mal da in die ecke das hat ja schon mal gut funktioniert und weil das gut funktioniert hat ihr kennt das ihr kennt das ihr kennt das ihr kennt das so da nehmen wir den auch mit wie fuck das aussieht keiner der Ritter macht mir eigentlich am meisten Sorgen der jetzt da an da da war ein Stabmesser ja 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 das ist natürlich sehr gut dass wir das haben das ist natürlich sehr gut dass wir das haben das ist natürlich sehr gut dass wir das haben scheiße oh Mist Das hätt ich eben am ersten Mal schon kalt machen können. Kommt da noch einer hoch? Ne, ich glaub nicht. Ach komm. Wir hauen uns nen Lebenstrank rein. Wir haben ja jetzt einen mehr gehabt. Und den nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So, wenn den dann auch laut killen können, komm. Stech ihn ab. Macht ja nix, ist ja keiner mehr da. Und du? Du gehst mal auf den Sack. So, weg mit dir. Rein da. Oh. Was war das? Geruckelt hier. Hm. Da unten sind wieder ne ganze Menge Typen. Hier oben haben wir aufgeräumt. Deswegen. Machen wir hier nochmal. Unsere Quick-Safe-Funktion. Wenn ich da an den Stuhl ankomme, ne? Wie können wir den jetzt wegmachen? Oh man. Oh man. Scheiße. Da hat er das Kotzen gehört, der Drecksack. Oh Mist. Oh Mist. Wie kann man denn an dem vorbei so, ohne dass der uns sieht vielleicht? Wie kann man denn an dem vorbei so, ohne dass der uns sieht vielleicht? Oh Mist. Okay. Ich muss nur hoffen, dass das jetzt keiner sieht hier. Da wollte ich mal umgucken gehen, ob da was ist. Kommen wir denn hier auch zum Versteck? Ui. Das machen wir so. Okay, da ist einer drin, aber der guckt ja nicht hier rüber, ne? Vielleicht liegt da noch ein neuer Trank oder sowas, dass wir den uns holen können da. So. Weg mit dir. Oh. Okay, den haben wir vergiftet. Das ist ja super. Ich versteck mich mal hinter der Tür. Dammit. He got done in. Na guck du mal. Guck du da mal. Die ist jetzt gleich daneben. Ach Scheiße. Er hat eine Flasche. Ich vergesse das immer. Und der arbeitet da bei der Leiche einfach weiter. Okay. So kommen wir dann nicht vorbei. Okay. Okay. So kommen wir dann nicht vorbei. Lassen wir an ihm vorbei. Da entsteht ein... Ein Heiltrank. Den holen wir uns auf jeden Fall. Da kann man ja nicht genug haben, ne? Ne. Da weiß ich nicht wie ich weiterkommen soll. Der kommt jetzt hier auch nicht runter, ne? Da müssen wir doch... Da müssen wir doch hier lang. Da steht er. Das ist jetzt nur so ein Typ, ne? Was machen wir denn? Hä? Nein, da war nix. Sag ich doch, da war nix. Siehst du ja, da war gar nix. Nur ein bisschen... Mord und Totschlag. Okay. Nicht aus. Ne, da ist keiner. Ich weiß auch nicht, was die am Ofen da hämmern müssen, ne? Das ist ja eigentlich Quatsch. Okay, da unten ist aber noch einer. Gut, dass wir den leise gemurkst haben. Und ich... Habe ich oben gedacht... Ah, der hatte ne Flasche. Mensch. Ich müsste da besser drauf gucken. Hier nehmen wir manchmal Sand mit. Kann man ja auch nie genug haben. Ne, da ging es nicht weiter, ne? Wo kommen wir denn jetzt hier weiter? Verdammt. Hm. Okay, ich sehe es glaube ich. Da hinten... Da kommt der Klon weiter, ne? Der kann sich doch unten weiter... Genau, der kann auch da durchgehen. So. So. Oh, ich bin zurück mit ihm. Okay, das machen wir aber aus. Ja, Albert hat getötet ein bisschen. Okay, es laufen die alle da weg. Das ist schon mal gut. Dann habe ich hier schon mal Ruhe, ne? Da könnte ich eigentlich runtergehen dann. Habe ich doch zumindest, dass das so einfach jetzt ist. Was mir aufhört, ich habe es schon ganz oft wieder nicht gespeichert. Was das ganz oft ist. Schon lange nicht mehr, so meine ich das. Der kommt auch bestimmt hier rein, ne? Und der sieht mich. Der sieht mich nicht. Okay. Ich gebe ihn auf. Dann schiebe ich mal in die Ecke. Bevor der nächste wieder reingerannt kommt und... Wir speichern hier einmal. Und ich würde sagen, ich sehe das gerade. Die Folge ist ja auch schon wieder rum. Deswegen... Beenden wir das jetzt hier. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffe ich doch. Gut. Bis dann.